Was geht ab meine lieben Freunde und herzlich willkommen World's Finest Gamer am Start und gerade eben saß ich eigentlich am heutigen Glitch Video für euch und ich war nebenbei noch ein bisschen am FAQ Video dran am Arbeiten da habe ich dann bemerkt, dass Rockstar Games soeben einen neuen Trailer zu einem neuen DLC veröffentlicht hat welches nächste Woche am 15. Dezember 2015 rauskommt dieses DLC heißt Executives and Other Criminals DLC und in diesem DLC gibt es richtig krasse neue Sachen zum Beispiel gibt es Endgame macht's gut, bleibt gesund, haut herein und ciao